Es sei und bleibe heiß die kommenden Tage Man befinde sich in Europa derzeit mitten in der Phase der Hunschtage. Diese Zeitangabe, also vom 23. Juli, 23. August 2023, sei im Römischen Reich entstanden. Es handelt sich oftmals um die heißesten Tage des Jahres. Dennoch geht es bei den Hunschtagen nicht um ein meteorologisches, vielmehr um ein astronomisches Ereignis. So stamme deren Benenung Hundstage, Canicularis, aus dem Sternbild Grosser Hund und dem Doppelstern Sirius. Fastfood ist bei Stirnrunzler.ch grundsätzlich nicht die Devise. Bei aktueller Hitze ist jedoch nachvollziehbar, dass einem die Lust kurzzeitig vergehen kann. Zusätzlich noch am heißen Herd und neben dem heißen Backofen zu stehen. Es gibt aber viele Möglichkeiten, eine schnelle und gute Sommermahlzeit zu kreieren. Eventuell hat es noch Randenhummus bei Stirnrunzler.ch 2. August 2023 im Kühlschrank. Sonst kauft man beim Großverteiler eine Portion. Dort ist vielerorts auch veganes Randenknäckebrot, Beispiel Blevita aus Dinkelmehl, Randenpulver und mit Kiasamen, zu finden. Man wäscht, schält und schneidet Karotten in Streifen, bestreicht die Randenblevita mit Randenhummus, überstreut diese mit Kümmel bei Stirnrunzler.ch 1. Dezember 2022, nicht Kreuzkümmel und garniert mit einer frischen Gurkenscheibe oder einem Mini-Kornichon. Kümmel ist gerade bei Hitze Balsam für Magen und Darm. Ein paar farbige Cherrytomaten und Mandeln bereichern die kleine Sommermahlzeit. Dazu passt eine Tasse fettfreie Gemüsebouillon. Untertitelung des ZDF, 2020